Herzlich Willkommen zu Let's Play NBA 2K13 mit dem ersten richtigen Part. Heute wird das erste Spiel bestritten und zwar gegen die Memphis Grizzlies. Nein, ich werde nicht simulieren, danke. Ja, Spielsperlen. So, dann gucken wir mal, wen die Memphis Grizzlies denn so haben. Darren Williams. Okay, okay. Vince Carter habe ich gerade noch gelesen. Ich bin gespannt, wie das erste Spiel abgehen wird. Ich habe richtig Bock, ordentlich was rauszupfeffern. Also, ich habe richtig, richtig Bock jetzt hier mal richtig Hammer, geiles Spiel abzuliefern. Man soll jetzt verdammt nochmal losgehen. So mit mir allein zu Hause kein bisschen rumschreien, wenn hier was Geiles passiert. Das ist aber ganz gut, ne? Das ist LeBron James und Ty Lawson. Geil, ey. Geil. O.J. Mayo ja auch noch geil. Das ist ein geiles Team, Leute. Das ist ein geiles Team, was mir da zusammengestellt hat, finde ich. Gucken wir uns die Start-Formation nochmal an. Ty Lawson und O.J. Mayo im Frontcourt. Und unser Backcourt ist bestückt mit Tyson Chandler auf der Center-Position. Und natürlich LeBron James und LaMarcus Aldridge. Dan Williams und J.J. Reddick bei ihnen im Frontcourt. Dann Greg Monroe auf der Center-Position. Sehr, sehr guter Spieler. Und Vince Carter und David West. Also, sehr spannende Duelle hier, würde ich mal sagen. Und Chandler erstmal ganz klar, muss ich den Tipp auf. James für den Ball. Aldridge stellt den Block. Oh, eigentlich wollte ich, dass er weiter zum Korb zieht. Aber na gut. Solange der drin ist, ist ja alles okay. Ah, Ty Lawson, falls wir nimmst dir. Oh, oh. Scheiße. Scheiße. O.J. Mayo, den darfst du da nicht so stehen lassen. Fuck. Das muss er eigentlich bestrafen. Stark. James ist einfach gar stark. Stark. LeBron. Oh Gott, warum trifft er denn den nicht? Ah, das war mehr als High-Quality-Shot. Hätte eigentlich drin sein müssen. Boom. Alley-oop. Jawohl. Hätte man noch durchaus geiler abschließen können. Aber na gut. Oh. Ah, fuck. Er kommt da viel zu leicht durch, der Williams. Das gefällt mir überhaupt nicht. Where's Aldridge? Oh. Oh, da kam er gut durch. Da kam er gut durch. Oh, da kam er gut durch. ist klar so ein Fadeway Dreier von 9 Meter Entfernung sicherlich also das ist ja wohl keine Aufgabe für LeBron da einen Kirillenko fertig zu machen alter Schwede wenn er den geblockt hätte Richardson got it dafür habe ich mir den geholt dass er solche Würfel trifft jawoll so muss das schön Splash so weiter geht's und Teil aus mit dem Stil die sollen mal stopfen hier so langweilig so ein Korbleger Windmill Alley up a la Gerald Green bitte man muss aufpassen auf Williams der ist extrem gefährlich oh man Gott Perkins im Ball vormarsch Richardson schützen Mayo da würde ich eigentlich sagen Fadeway Jumper das war nicht eine Fehlentscheidung war okay dann kannst du das stehen lassen Scheiße Danks kann man in dem Spiel irgendwie nicht blocken ich weiß auch nicht warum das ist echt scheiße müssen sie unbedingt noch ändern aber na gut pick and roll mit Aldridge da hätte er noch ein bisschen schneller abrollen müssen ah fuck das war eigentlich ein guter Move von Aldridge von da ist Aldridge brandgefährlich das ist seine Distanz die Mitteldistanz da kannst du nicht so stehen lassen West da kannst du nicht so stehen lassen oh fuck boah was macht Aldridge da oh oh der war stark LeBron gegen Kader LeBron gegen Vince Kader so LeBron ha ha oh Gott Glück gehabt Pailone aber Drew Gooden da vorne da steht LeBron für drei da nehmen sie erstmal eine Auszeit läuft doch elf Punkte Führung so muss das so muss das mal hin dann läuft wo Jams hat er nicht gesehen den hat er aber gesehen den Greg Monroe mit solchen Pässen muss ich doch mal ein bisschen aufpassen LeBron das LeBron verliert den Ball Alter das Teil aus dem schnell ist ja abartig gut denn What a season in store for us. Oh Gott. Ah Mann. Gerade so einen schönen Block von Chandler da. Foul war leider vorher. Da stand er ja viel zu frei. Oh Gott. Ein Teil lossen, der ist unglaublich schnell, der Kerl. Oh fuck. Ja ja. Ja ja. Geht keiner, ne? Ja. Chandler. Das war ja mal easy two points. Ja, die haben den sehr, sehr einfach aussehen lassen. Williams postet auf. Ah fuck. Oh Mann, roll den ab. Mayo. Und Ty Lawson. Ty Lawson. Ty Lawson. Starke V von Lawson. Naja, das gefällt mir so nicht. BAM! 69 cm hochgeschrungen. Naja, die Wizards sind gefährlich diese Saison. Naja, das gefällt mir so nicht. Naja, das gefällt mir so nicht. Die Halle ist ruhig. Nein! Wenn er den gefangen hätte, wäre es gefährlich geworden. 10 Punkte Führung, das lassen wir nicht mehr nehmen. Markus Oldridge kann glaube ich sogar 3 erwerfen. Ty Lawson läuft jetzt heiß. Sehr geil, dass ich den bekommen habe. Das sind ja nicht durch, Chandler. Gut. Da läuft Lawson. Da kommt LeBron, da kommt LeBron nicht. Da läuft der einfach mal mit Chandler, oder? Ja. Oh, Shit! Stopft erstmal über Vince Carter, ey. Ha! Schönes Pick'n'Roll gelaufen, ne? Dieser Williams, dieser Darren Williams, der will jetzt wohl das Spiel hier in der Hand nehmen. Naja, bei einer Minute 30 und 11 Punkten sollte da eigentlich nichts mehr anbrennen. Oh Mann, warum zieht der nicht durch zum Korb? Boom! Dyson Chandler! Pah! Dafür habe ich mir geholt, dass er solche Blocks raushaut. Komm, drück dich da zum Korb, Oldridge. Geht da. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Schöner Post-Move. Oh, das war nicht gut. ... ... LeBron James! James. Blocking for a fuck. Oh Gott, Chenda. Das war ja mehr als peinlich. Ich sag da mal nicht so. Ich hab so'n Ding schon mal getroffen. So'n ganz komischen da. Aber diesmal sollte es nicht, naja. Gut, das war's mit dem ersten Spiel. Deutlicher Sieg. 29, 28. So muss das. So muss es in Zukunft auch weitergehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn in diesem Spiel jetzt nicht so wirklich die Highlight-Züge drin waren. Naja, nächstes Mal wird's hoffentlich besser, spannender, interessanter. Ja, ne? Ja, ähm, das war's dann für diesen Part. Und ich sag wie immer, bis dahin, reingehauen! Ja, dann. Mal haben. Das war's. Ich sag das so. Vielen Dank.